Hey Leute, bevor das heutige Video losgeht, kurze kleine Info, das Video hier ist gesponsert von der Marke Jepoda, die ihr höchstwahrscheinlich eh schon kennt. Wer die Marke jetzt aber noch nicht kennt, dem sei gesagt, dass Jepoda eine koreanische Hautpflegemarke ist, die ein super einfaches Fünf-Schritte-System nutzen für die Hautpflege. Das heißt, von der Reinigung bis zum Sonnenschutz ist da alles mit dabei, was die Haut braucht. Und deshalb an dieser Stelle schaut gerne mal in die Beschreibung, da steht ein Link, mit dem ihr 30% sparen könnt auf eure Bestellung von Jepoda. Deshalb ja, schaut da einfach jetzt rein und schon mal viel Spaß mit dem heutigen Video. Wir machen jetzt erstmal den Gisada Intense, weil ich möchte natürlich die Leute wieder, der Marketing-affine Kai möchte natürlich wieder die Leute möglichst lange drin halten. Und ich habe sowieso jetzt eben diesen einen Teststreifen hier schon ausgepackt. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal gemeinsam den neuen Gisada Ambassador Intense anschauen. Und wer den Gisada Ambassador kennt, der weiß, dass ich den normalen Gisada Ambassador jetzt nicht so hart gefeiert habe. Und das ist auch tatsächlich einer der wenigen Düfte, auch in meinem Channel. Ich glaube, es sind insgesamt zwei gewesen, wo ich den Kotz-Emoji in dem Titel verwendet habe. Ja, weil ich diesen Duft einfach übertrieben süß und synthetisch fand. Und ja, trotzdem haben mich die Leute natürlich letztens, ihr habt es mitbekommen, im Stream dazu förmlich gedrängt, diesen Duft zu bestellen. Nee, wir haben, also es war ehrlich gesagt ein Impulskauf. Ich dachte mir, komm, let's go, lass den einfach mal testen. Und ja, weil ich meine, letztens haben die Leute ja auch das Video sehr gut angeklickt. Deshalb spricht es dafür, dass viele Leute wissen möchten, wie dieser Duft hier funktioniert. Genau, alles für die Klicksosern. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz, ich habe es euch versprochen, was in die Kamera halten. Denn der ein oder andere wird sich ja gefragt haben in letzter Zeit, wann denn Infos zu meinem Duft tatsächlich online kommen. Und witzigerweise habe ich heute zumindest schon mal drei Samples bekommen, die ich auch jetzt gleich mal natürlich aufsprühen werde. Wir werden sie nicht, ich werde nicht sagen, was mir an diesen Samples gefällt oder wie sie riechen oder sowas. Nur, dass ihr einfach mal gesehen habt, da tut sich was. Und ja, ihr werdet dann natürlich mehr erfahren, wenn der ganze Kram dann tatsächlich auch einigermaßen final in der Abstimmung ist. Ja, und wenn ich so ein bisschen auch weiß, wie das Ganze riechen wird. Ja, aber trotzdem, die Vorbesteller, denen habe ich auch schon heute eine Nachricht geschrieben, dass die tatsächlich ein bisschen was, eine Special-Behandlung bekommen und auch sehen werden, wie ich diese Samples jetzt entwickle. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie das Ganze riecht. Ist auf jeden Fall ganz nett und ich kann sagen, ja, ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, wie sich mein Duft dann in Zukunft so entwickeln wird. Ja, aber gut, wir wollten jetzt eigentlich den Gisada Ambassador auspacken. Ich konnte das gerade nur einfach nicht lassen, da jetzt nochmal ein bisschen was zu erwähnen, weil ich einfach so häufig gefragt werde von euch, ob sich da denn jetzt gar nichts tut und wie sieht es denn aus und das Ding sollte ja rauskommen und dies und das und jenes. Und nur, dass ihr Bescheid wisst, da tut sich auf jeden Fall was. Nur möchte ich mir natürlich auch Zeit lassen, das Ganze ordentlich zu machen. Gut, Ambassador Intense, Let's Go ist übrigens das erste Mal Original, dass ich einen Flakon hiervon hier im Stream habe oder auch überhaupt mal Original in der Hand habe. Deshalb kann ich euch jetzt auch ein bisschen was zu der Flakon-Qualität sagen, die mich ehrlich gesagt, ja, die einen ganz, ganz okay, einen Eindruck macht. Ich meine, wir haben hier einen matt-schwarzen Flakon mit einem Gold, goldenen Etikett oder schwarz-goldenen Etikett, was auch nochmal so eine kleine Prägung hat. Also wenn man da drüber geht, fühlt es sich nochmal so ein bisschen, merkt man, dass das da irgendwie aufgeprägt ist, macht einen ganz guten Eindruck. Hier steht Ambassador Intense drauf. Erstmal gucken, ja, dann urteilen. Ich finde, die Kappe ist ein bisschen, die Kappe könnte ein bisschen besser sein, das fühlt sich etwas, ja, fühlt sich irgendwie so ein bisschen grob an. Ist aber egal, wir bezahlen ja meistens für den Duft, nicht für die Verpackung. Und deshalb gucken wir jetzt einfach mal, ja, ja, kann man, kann man sogar tragen, ja. Also der Brechreiz, die Brechreizreaktion, die ich bei dem ersten Gisada im Beste Dach vom N hatte, also bei der nicht Intense Variante, die ist nicht da. Übrigens, inzwischen habe ich auch noch, während meiner Zeit bei Douglas war das noch, da habe ich einen anderen Duft von Gisada getestet, den ich auch wirklich, den fand ich wirklich ganz gut. Gut, und ratet mal, wie der heißt, der heißt nämlich einfach Ambassadora, also da war jemand ganz Kreatives am Start, aber ohne Spaß, der Duft gefällt mir echt ganz gut. Ich kann null nachvollziehen, warum der hier eine 6,4 hat. Ist halt irgendwie so ein bisschen ein Dupe von dem Libre von Yves Saint Laurent, aber ich finde den wirklich gut gemacht. Synthetik hält sich in Grenzen und, ja, die Leute scheinen das nicht zu fühlen, aber ich muss sagen, ich finde den wirklich, verglichen mit den anderen Sachen von Gisada, finde ich den wirklich ganz gut. Und der Ambassador Intense, genau, ist definitiv mit den Lakritzen aufgewachsen. Das habe ich gerade schon gerochen und er hat mich deshalb auch direkt an diesen neuen Ammoire-Stuft witzigerweise erinnert, weil ich da nämlich auch ein bisschen Lakritze drin hatte. Also, was ich daran gut finde, er ist nicht so ekelhaft synthetisch süß wie der Vorgänger. Er wirkt irgendwie ein bisschen runder, er wirkt nicht so scharf, er wirkt ausgeglichener. Und was ich da gerade eben im Chat gelesen habe, von wegen, dass der Erwachsener wirken soll, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, weil so würde ich es zusammenfassen. Also, du hast hier mehr Gewürze drin, du hast nicht nur so dieses süß-Ambroxan-Synthetik-mäßige, sondern du hast Gewürze mit drin. Du hast die Lakritze sehr stark am Anfang. Lavendel-Absolu passt bestimmt auch irgendwie, also Lavendel passt auch irgendwie so dazu. Und ja, man merkt sogar tatsächlich im Hintergrund so ein bisschen Leder und so dunkle Noten, was ich sehr schön finde. Also hatte ich so in dieser Form garantiert nicht erwartet, weil, um ehrlich zu sein, nach der ersten Erfahrung mit dem normalen Ambassador, habe ich bei Intense echt schlucken müssen, weil ich mir dachte, oha, hoffentlich geht das nicht nach hinten los. Weil es einfach noch intensiver, bitte nicht, aber sie haben es wirklich, glaube ich, in eine ganz gute Richtung gepusht. Und der Anlass von diesem Duft, hm, also es ist quasi wie so eine Art Dior Sauvage Elixier mit extra Süße und mit extra Citrus, so würde ich es beschreiben. Also Sauvage Elixier war ja auch deutlich erwachsener als der normale Sauvage und deshalb, ja, ist es sehr, sehr gut. Und ja, natürlich muss man sagen, Gisada scheint sich auch sehr gut zu verkaufen. Ich habe das am Anfang selber nicht ganz geglaubt, aber ich glaube, die verkaufen sich wirklich ganz gut. Also das ist kein Mist, dass die scheinbar sehr gute Zahlen haben und sehr beliebt sind. Und ja, ich kann sagen, für mich, mich holt es ein bisschen mehr ab. Ich finde es immer noch, es ist natürlich immer noch ein süßer Designerduft, von denen es auch mehr als einen auf dem Markt gibt. Also wenn man jetzt schon ein bisschen Düfte probiert hat und man jetzt nicht gerade von dem Kauf steht, weil man einen leeren Flakon zu Hause hat und man einen neuen süßen Duft braucht, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass man den in der Sammlung braucht. Aber wer weiß, wer einen süßen Duft noch nicht hat und einen haben möchte, der sollte den definitiv mal probieren, weil ich finde ihn wirklich ganz gut. Und es ist bis jetzt der, der mir von Gisada mit Abstand am besten gefällt, weil die anderen waren wirklich nicht so meins. Von daher finde ich es okay. Ich meine, man riecht sogar so ein bisschen Weihrauch, kann das sein? Steht hier irgendwo Weihrauch? Nee, kein Weihrauch. Aber irgendwie riecht es auch so ein bisschen Weihrauch-mäßig. Es hat so diesen leicht orientalischen, unter diesem ganzen Fruchtsorbe-Ding, hat es so ein bisschen so einen leicht orientalischen Touch. Aber auf jeden Fall bekommt ihr eine Empfehlung von mir und ich finde ihn wirklich ganz spannend und schön. Und ja, überraschenderweise muss ich sagen, weil ich mit Gisada bis jetzt noch nicht so die krassen Berührungspunkte hatte.